Ein relativ spezielles Diagramm, das vor allem in Projektmanagement-Methoden oft verwendet wird, haben wir in Excel tatsächlich nicht als Standardauswahl. Und das ist ein sogenanntes Gantt-Diagramm. Wir können das Ganze aber trotzdem mit ein paar Tricks für uns erstellen. Wir haben hier eine kleine Tabelle mit verschiedenen Aufträgen, die ein Start-, Enddatum und eine Dauer haben. Und ich möchte jetzt ein Gantt-Diagramm erstellen, in dem einfach die einzelnen Projekte auf einer Timeline entsprechend dargestellt werden. Dazu brauche ich den Auftrag, das Startdatum und die Dauer und wähle diese Daten dementsprechend aus. Wenn ich jetzt im Menüband auf den Punkt Einfügen gehe, dann sehe ich, dass ich hier dafür, egal durch welches Dropdown ich mich klicke, ich keine fertigen Gantt-Diagramme habe. Ich klicke mal auf Empfohlene Diagramme, sehe hier auch nicht wirklich Sinnvolles und dementsprechend gehe ich direkt zu Alle Diagramme und wir wollen dann unter dem Punkt Balken ein gestapelte Balkendiagramm auswählen. Sobald ich das mache und OK klicke, sehe ich, dass wir das hier in dieser Form bekommen. Das sieht nicht ganz falsch aus, aber auch nicht wirklich richtig, denn das ist kein Gantt-Diagramm. Wir müssen jetzt ein paar Tricks machen, um das Ganze so darzustellen, wie wir das wollen. Zunächst einmal gehen wir in unsere Spalte B, wo wir aktuell das Datum haben. Und das wollen wir zunächst einmal nicht als Datum, sondern ohne Format hier darstellen. Wenn wir das machen, ändert sich erst einmal nichts. Wenn ich jetzt allerdings mein Diagramm wieder auswähle, dann zum Punkt Diagrammentwurf gehe, Diagrammtyp ändern und Empfohlene Diagramme, dann sehe ich, dass ich hier jetzt schon mal etwas anderes bekomme. Ich habe hier meine Aufträge daneben und meine Daten darunter. Und hier hinten eigentlich schon genau das, was ich möchte, diesen orangenen Part. Das ist quasi mein Gantt-Diagramm. Ich bestätige das Ganze also mit OK und wir sehen, dass wir das jetzt so dargestellt haben. In dem Moment, wo ich diese Darstellung habe, kann ich auch hergehen und meine Spalte B wieder normal als Datum formatieren. Dann wird das Ganze für mich unten wieder korrekt angezeigt. Jetzt haben wir gesagt, alles, was wir eigentlich wollen, sind diese orangenen Punkte oder diese orangenen Balken. Dementsprechend kann ich das Ganze einfach mit einer Formatierung lösen. Ich mache dazu einen Doppelklick auf meine Datenreihen bzw. auf die blauen Datenreihen hier und kann dann im Kontextmenü bei dem Punkt Füllung keine Füllung setzen und bei dem Punkt Rahmen keine Linie, um diese Balken komplett auszublenden. Sobald ich das gemacht habe, sehe ich, dass wir jetzt schon fast unser Gantt-Diagramm haben. Ich kann das Ganze jetzt noch vom Layout ein bisschen anpassen, indem ich zum Beispiel auf unsere Datumslinie hier klicke. Wir sehen, das erste Startdatum, was wir hier drin haben, wenn wir ganz kurz durchschauen, ist der 12.02.2021. Dementsprechend können wir hier bei den Achsenoptionen einfach als Minimum den, sagen wir mal, 1.02.2021 angeben. Wenn ich das mit Enter bestätige, dann sehe ich, dass das Ganze schon besser dargestellt wird. Wir könnten das Ganze auch hinten noch etwas verkürzen, müssen wir in diesem Fall aber eigentlich nicht. Was jetzt vielleicht noch sinnvoll wäre, ist, wenn wir in unser Home-Tab gehen oder in das Start-Tab, dass wir den Text hier unten ein bisschen anders darstellen. Wir könnten das zum Beispiel gegen den Uhrzeigersent drehen, sodass wir das besser lesen können. Und so haben wir es jetzt geschafft, mit ein paar designerischen Tricks und ein paar Hacks, indem wir das Datum umformatieren und dann erneut ein empfohlenes Diagramm auswählen, hier für unsere Beispielaufträge ein Gantt-Diagramm zu erstellen. Was noch etwas komisch wirkt, ist, dass das Ganze aktuell andersherum ist. Also wir haben hier Beispielauftrag 1 ganz unten. Bei einem Gantt-Diagramm würde ich den vielleicht eher ganz oben erwarten. Auch das können wir aber ändern, indem ich einen Doppelklick auf meine Achse mache und dann kann ich bei den Achsenoptionen im Kontextmenü unter dem Punkt Achsenoptionen hier dieses Häkchen setzen bei Kategorien in umgekehrter Reihenfolge. Und sobald ich das mache, sehe ich, dass jetzt mein Beispielauftrag 1 ganz oben ist und das geht unten bis zu 5. Was sich dadurch jetzt auch geändert hat, ist, dass unsere Daten oben sind, aber das stört uns eigentlich nicht. Wir haben es jetzt also geschafft, mit ein paar Tricks in Excel, obwohl es das so eigentlich nicht gibt, ein Gantt-Diagramm zu erstellen. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder weiterhelfen konnte, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo. Und für den Fall, dass du mehr über Office 365 oder im speziellen Excel lernen willst, solltest du auf jeden Fall den Link in der Beschreibung anklicken. Dort findest du unseren Online-Kurs, mit dem wir schon Tausenden dabei helfen konnten, zum Microsoft-Profi zu werden. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, auch dich dort wiederzusehen. Und wir würden uns natürlich auch gerne auf den Link in der Beschreibung anklicken.